Ah, die ist, die ist leer. Oh, die andere ist auch leer. Hier geht ein Pfeil dran, ey. Mach mal deinen Pfeil weg, ich zieh da nix mehr. Wie ist das? Ja, irgendwo anders hin klicken. Achso. So, und davor haben wir drei. Und die am Anfang, die drei. Die haben, glaub ich, alle gemacht. Ja, geil, dann sind wir jetzt alleine. Warum haben die es nicht wiederbelebt, die Idioten? Zehn, cool. Krass. Hast du denn ein Ziel irgendwie? Nicht mehr. Nicht mehr? Also macht das jetzt nur eigentlich noch Spaß so, oder was? Ja, ja. Kommt ja nichts rum, irgendwie. Es ist nur noch Spaß, so die Videos, dass ich es mir mal angucken kann. Ja, ja, das finde ich auch gut, wenn man das spielt. Und dann kannst du ja, guck mal, da habe ich so und so. Ja. Finde ich auch nicht. Den würde ich ja fast alles eigentlich hochladen. Außer, man stirbt nur. Oder so, jetzt schreibe ich auch mal so ein Tatum mit an die Videos mit dran, dass ich gucke, gerade bei Hand, wenn sich da was ändert, weißt du, damals war es so. Ah, hier, guck mal, am 13.05.2020 sah es noch so aus. Ach, richtig, wir sind hier bei C und A. Ja, du hast dich gut da drüber geworfen. Blöde Kuh, hä? Jetzt auf Rabenwinterrecht. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich sehe die nicht mehr Er sieht dich aber, die sind irgendwo im Gebüsch da, ich sehe die nicht Ich gehe da jetzt näher Bin schon fast drüben Wo sie mich noch mal verwickeln Aber ich muss mindestens zweimal looten, wenn wir die töten Ich baute äh, zur Alice Farm ist das glaube ich, wo da die Häuser stehen, dazwischen, dieser komischen wo sind denn die Buschcamper? ja, wer will die jetzt verfolgen? ja, ja, ich renne da nicht rein schreiten? aber nur immer einen, ne? ich geh mal ein bisschen näher ah, ich seh ihn markiert nochmal ah, ich seh ihn jetzt auch oh, oh was mit ner Schrotflinde aus 5 Metern, da muss ne mehr gestanden haben, Alter unter dir ja, ich seh ihn der ist direkt unter dir der rennt grad weg der kommt zu dir hoch Romero hat der hatte Dicke geschlossen, okay, da ist also der dritte Mann dieses Dreckschwein du musst aufpassen, dass die anderen nicht kommen der rennt zurück der ist grad durchs Wasser gegangen der ist irgendwo da vorne ja, ist hier unten, Dona der ist unten, Dona hier weißt du, warte ich komm ich lass mich, ich hab ne Schrotflinde ja, das Stahltor ist dann nur jetzt müssen wir den ganzen Weg da langlaufen, wo die anderen uns abschießen können oh, hier ist er da um die Ecke oh, wir sind schon zu zweit, ja einer ist noch da hinten, direkt unter Matze und der andere ist hier rechts hat nen Hit der ist fast tot hab ihn so, den einen haben wir ja, einer ist bei Matzes ja, lass mal zurück ich muss auch mal heilen also bei Matzes Leiche ist einer und einer gegenüber aber unten drunter, ne ja, unten drunter endlich hab ich ihn gesehen du blöder Pisser ah, der andere kommt gleich von hinten der steppt hier warte, ich kümmere mich um den was? hab ihn ja, ich glaub ich hab den ja, aber egal hauptsache tot so, jetzt ist da Schweinesack da hinten Micha, kannst du mich aufheben? jo Pascal beschäftigt so lange den Buschklopper schön ah, ich hab ihn grad nochmal gesehen naja, das ist er weg so, dann loote ich mal den hier unten danke bitte das ist Schwein ja, den einen hab ich gelootet Matze hier vorne war auch ein Medikit wenn er da weißt, was wir würden wir brennen einfach auf der hat mich erwischt da muss er kommen irgendwo da ja, da hinten hinter den Bäumen ich versuche immer den Kopf zu treffen aber irgendwie will der nicht hier ist ein Medikit perfekt und der gibt's reißweit ich sag Kopf und er trifft mich ah, der Dead Eye 0,4er KD im Prinzip kann man auch pushen auch, glaub ich aber ich will nix gesagt haben du hörst ihn laufen, ne? also da hinten bei Matze irgendwo ist, ja? kann's wiederbeleben in der Zeit der pusht ihn ja gerade alter, hier ist noch einer da sind noch andere, glaub ich da sind noch andere, Carsten äh, Matthias nicht, dass der mit Messer rauskommt hast du gesehen, ne? der ist in den Bäumen dazwischen schön so aber Matze, pass auf ich wollte Pascal gerade aufheben da wurde ich angeschossen okay also war da unten der Einzelgänger? nee, das kann nicht sein, ne? oder da unten war ein Team und ne, das geht eigentlich auch nicht von wo hast du den nicht gekriegt, Micha? boah, keine Ahnung vielleicht von da hinten irgendwo oder hier sind noch welche in den Büschen da drin da siehst du an schönes Ding wie sie in den Büschen hocken, Alter ja, aber deswegen ist deswegen ist für mich eigentlich sowas immer ich hab's fast nee deswegen mach ich das so ungern ey, soll ich's nochmal probieren, oder? probier beweg dich dabei einfach einfach lukki lukki indem wir drehen, oder so am besten zum Rücken damit du das dir in den Rückenwind schießen ja, ist ne? okay ja, aber er hat ihn gehört er hat ihn gehört Matze, hast du auch gesehen? woher? ich hab's nur gehört das muss ja hinten over sein sag rechts weiter Mann, Mann, Mann ja, auf dem Weg läuft einer der läuft wieder rein, Matze oh hat mir einer reingezwitchert mit einem weißen Hemd oh, und noch ne Lady die sind beide jetzt da drin ich lieg wahrscheinlich ich lieg richtig beschissen wahrscheinlich, ne? ja ein bisschen weiter vorne wär ne Kiste gewesen wenn du hinter der liegen hättest na, jetzt klappt's komm mal mit hier war irgendwo ein Midi-Kit ich hab schon alles verbraucht und ich bin Grenzländer gewesen hier ist auch noch was danke na, scheiße das hätt ich vorher mal wissen aber ich hab jetzt gar nix mehr ja, ich hab eine kleine Spritze noch ich hatte drei Stück und Grenzländer also vier ja vier Verbandsländer seid ihr ein bisschen leiser die laufen hier noch rum na mach hier mal hier vorne höre ich welche ja, auf dem Weg hier hinten bei den Heuballen ist einer aber die Lady ist noch drin ja, vielleicht haben wir ja gerade einen von den Dreier-Team getötet der ja ja die Lady ist hier vorne ne, ein Typ genau da und weiter links noch der andere seh den nicht ja, der ist auch schwarz gekneidet hier vorne ist direkt einer an den Bäumen boah, ich hab nur noch drei Kugeln ey, Jungs ey, ich hab auch noch fünf ich muss mich mal heilen ja, nein einen hab ich muss man eine andere Waffe aufheben Alter ich muss eine andere Waffe aufheben oh, der hat eine Uppercut okay die haben mich angefackelt ja da hab ich da ist einer geh mal kurz löschen pass auf, reicht's naja, soll er machen oh scheiße lauf ich hab ihn ist ja gut aber pass auf da war noch einer gewesen ja, hier hinten ich hab nur noch zwei Schuss hier ist eine Waffe ja, scheiße ich loote den mal kurz wo ist er denn hier ist eine Waffe boah, wo ist denn der Typ und ich brauch auch Healing, ey ja, deswegen lass den mal looten was ist denn der siehst du den irgendwo? hier ich hoffe, er ist Healing dabei ah, ich hab nur eine Erstickungsbombe bekommen ich hab Heal bekommen aber er hat sie direkt wieder ordnungsgemäß verbraucht hoffentlich hat er den Partner noch nicht aufgehoben ne, der liegt noch ich hab nochmal zu auf okay, danke prima oh ja oh ja 75 vielleicht oh ich hab vorne drinnen irgendwo ich guck mal kurz ob hier Healing drin ist das wär perfekt noch einmal Ruhe genau vor mir der der wir müssen einen von deinen Kameraden abbrennen oh der ist rechts hier ich hab immer noch die Select-Probleme da ist ein Zombie grad lang da dran der muss irgendwo sein ich hoffe, wir finden gleich noch seine ganzen Freunde wo ist er denn hier? bei mir ich hab ihn mein Gott, ich hab fast nicht erschossen ey boah, was für ein Zombie ey das ist Kugel ey alter, ich hab bis noch 75 HP ich musste schießen, was das Zeug hält mal ganz ehrlich, das waren drei Teams glaube ich jetzt also wir haben sind wir jetzt schon alleine oder ist da noch ein Team? also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt also wir haben zwei Teams erledigt, gell? nein wir haben mehr als zwei hm, glaub ich auch wir haben mehr das war jetzt ein Team wir haben jetzt drei Stück jetzt als letztes ja so, und davor haben wir drei und wir am Anfang die drei die haben, glaub ich, alle gemacht ja, geil, dann sind wir jetzt alleine also hier liegt der eine ich brauch noch Munition aber alle ist Buschcamper, ne? ja bis auf Team Podmica jetzt könnte, glaub ich, noch einer rumrennen, glaub ich weil das eine Team war nur noch zweit, oder? ich hab irgendwann einen Überblick verloren, muss ich ehrlich sagen ich auch ich brauch Munition irgendwie noch ja, den können wir ja jetzt in Ruhe fahren den einen, den ich ach, hier, warte, ja was brauchst du denn für eine Muni? oh, der hat eine Mose ne ja, Nierblut hat den ok äh hat das irgendwo hier auch einen in Gebüsch getötet? ja, ja du standest da und dann hast du den hier gesehen der muss also da irgendwo sein oder wird der wiederbelebt? das kann sein, dass die dann wieder es war eine Frau, glaub ich, oder? ja, ja ja wo hast du die denn getötet? du hast die doch in einem Wald irgendwo eine getötet die suche ich auch gerade ach so, hier ähm warte mal wo war denn das? ach, hier ist die hier ist die ja, da ne, da ist noch einer hier ist noch einer ja, warte, ich komm gleich hier liegt auch noch einer den will ich looten aber die Waffen sind alle ne, der wurde schon zweimal berötet ja, warte nicht, dass der gleich weg ist selbst der Fall ist weg sonst weiß ich nicht wo ok, warte, ich zeig's dir ja, aber das ist nicht die Frau wo es eine Frau hatten wir die muss wieder aufgestanden sein, oder? ja, aber ich hab die bis jetzt nicht gesehen das war so eine Kurzhaare war das nicht die? ja, so eine schwarze, ne? das war so eine schwarze, ne? schwarze Haare ich glaube, das war doch die, die hier vorne an der Ecke lag die ihr gelootet habt nach Waffen ne da hab ich nur das Hemd, glaub ich, gesehen die war ja weiß ne, ja, weißes Hemd ich seh's aber und Haare so richtig wo ist denn das? die liegt weiter hier drüben ah, hier sind die Waffen hier liegt's, genau und, ist die das? ne, das ist der Kerl oder? ne, das muss die Frau sein man kann so schwer erkennen ja, ja ich seh nichts ne, das ist die Frau ich glaube auch ne, was ist jetzt? aber die hat keine schwarze Haare nicht? wir werden's sehen ich glaube warte, sind mit denen die unten gestorben sind? wir hatten doch auch hier welche hier die die ganze Zeit geballert haben mit Dead Eye wo ist der denn? na, das war doch der hat der, die ich dir gezeigt aber da zwischen den Bäumen rumhing das war der, den ich ich gekillt hab hier vorne der ich bleck hier schon immer durch aber hier waren noch zwei unten wo sind die? habt ihr den schon gelootet? keine Ahnung also, keiner kann den auch looten ehrlich? ich glaube, ich hab den schon gelootet weil der hat Dings Karabiner Adlerauge ich hab den schon gelootet ja, aber das heißt der war hell ist der hell gekleidet? den haben wir schon gelootet Pascal das war der mit dem Mantel aber der ist nicht hell gekleidet, ne? er hat eine helle Hose er war hell gekleidet der war, glaube ich so was wie ein Cowboyhut ja, hat er auch aber hell alles hell ne, ne, ne naja, doch so richtig schwarz war es nicht aber auch nicht richtig hell dunkel ja so braun irgendwie so braun hell und wo ist der dritte hier? ach, kack, da drauf lassen wir einfach ich brauch einfach Munizur also da hinten liegt einer in der Ecke ja, ja und wo ist der andere von dem hier? einer, glaube ich, lag oben und der andere lag hier hinten ach, stimmt der ist ja da hinten gestorben genau und da hatten wir doch den einen der ist doch hinten so und der dein Kamerad der war doch hinten gewesen den haben wir da doch das war der den ich in den Bäumen erschossen hab da dahin würde ich sagen und Munizur ja, Carsten äh, Matthias wo ist der letzte hier? vom ersten Team da hattest du einen den zweiten erschossen ah, ja, warte ja, warte geh schon weiter da muss hier irgendwo da liegen da wo du jetzt bist liegt der da nicht? ja, ja da liegt der doch also drei vier fünf sechs sieben acht hier vorne hier vorne war ja auch noch einer drin ja, da sind neun Stück oder warte mal da haben wir drei dann haben wir vier fünf dann liegt da einer sechs sieben acht neun ja doch sind alle da können wir jetzt in Ruhe in Post machen da können wir alles platt machen was uns im Weg kommt geil das ist genau nach meinem Geschmack ich hab dir Chaos geworfen genau nach meinem Geschmack das soll geil alle Teams ja ey Matsu wo lag hier noch einer? aber ich glaub ich hab nicht also ich hab ihr habt das alles glaub ich gemacht ich hab ne du hast auch was gemacht ja im ersten Team da hab ich einen also ich hab zwei mit der Schrotflinte und einen mit dem Abercut geholt ich glaub das war's dann aber ne zwei ich glaub ich hab auch nur zwei zwei Stück ey wo lag hier noch einer? warte den kannst du nicht mal looten aber du kannst nochmal nach den Waffen gucken ja genau ja der hat nix tolles ey kriegt man manchmal eigentlich aus diesen Supplyboxen auch mal ne Spritze hab ich noch nie gekriegt hab ich noch nie irgendwie nur Ausdauer und ich glaube Spritzen kriegst obwohl du kriegst ja auch Dynamit und sowas aus den Dingern ja aber Spritze hab ich noch nie bekommen ne weil ich hab jetzt überhaupt keine E-Link mehr ich glaube ich hab noch einen ne drei naja brauchst du auch eigentlich nicht drei ich hab drei hier ist auch nochmal ein Etikett ich hab auch wieder drei warte war hier so ein Versorgungspark geht genau Munition auf stocken schon wieder eine Runde gemacht hätte mich den doch behalten hat einer von euch ne haftbombe ja ich hab die noch gar nicht frei aber selbst wenn ich so hätte ich nehm eigentlich so gut wie nie ne haftbombe mit ja ist ganz gut für den äh Boss halt immer ja sag mal kann hier einer mal herkommen einer ja ich wer bist du 2-1 Wahnsinn ja ja was ist denn da los Zombies nein äh wenn ich ne Treppe hochlaufe das ist normal aber auch nicht normal das ist als ob ich da immer so Sprünge machen würde immer so ganz schnelle also das ganze Bild wackelt lauft er mal hoch ja und wie ist das bei mir sieht's genauso aus läufst du flüssig hoch oder zappelt das ne mein Bild wackelt so hoch ok dann liegt das mal ne Treppe ok ja weil wenn du runter gehst ist das auch oh ja das bei mir auch das war doch sonst nicht oder genau so dann haben die wieder irgendwas komisch gemacht ja ich glaube das ist auch nur bei der Treppe ja das hatte ich schon jetzt ein paar mal also deswegen wollte ich ja dass da einer mal guckt Alter jetzt bis Cyprus hat's laufe ne war ja klar dass das da hinten ist ja unten Ausgang ok in die Nähe ich laufe mal bei Healing hier ist noch Munition ach gut so oben drinnen ist ja schon wieder spät und hier draußen bei mir ist noch eine Cyborgbox oh Verbandsdeutsche perfekt was hab ich denn oh ne Kieftspritzer Alter hier sind ja noch zwei Versorgungswegen optimal aber auch recht krass die sind alle bei uns da oben in der Gegend gespawnt hier unten ist gar keiner gespawnt war doch schön ja das war mal ne spannende Runde lief ja auch schon ne halbe Stunde mhm stimmt hier ist auch noch aber Munition Alter den hab ich gar nicht gesehen den hab ich gar nicht gesehen ein sicherschrocken als auch immer vor ihm das tot umfiel ne ich hab ihn vorher dann schon gemerkt aber ich war schon so dicht vor dem also kleiner Lunge ich hab ihn der penner vielleicht ja schon drin oder ne 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 kuss davor aber hier sieht echt mal was mit gegnern munition brauch ich hier drinnen zwei kisten also wenn du jetzt noch deine hafbombe auf dem wirst dann ist er fertig ich bin leider nicht da ich hab noch auf hätten für dich umgebracht also für uns mal an rein sollen wir den boss schon machen oder noch auf dich warten du bist ja so weit weg alter du bist so weit weg ich seh dich gar nicht ja guck mal auf die map ey ich musste auf die map gucken ja ach jetzt seh ich jetzt seh ich so nen ganz hellen punkt irgendwo im wildschirm krank alter ja da hinten ganz winzig so fällt euch das auf ja ich bin schon übers seawater gelaufen und so wir sind einfach bei catfish groove also ich muss aufpassen ich hab nur noch 75 hp wie viel habt ihr eigentlich noch voll und so wieso das war dann nicht auch gut ne ich diesmal nicht ah man jetzt bleib doch mal hier habt ihr das auch dass teilweise die vorhänge so ein bisschen umbacken also dass das nicht flüssig läuft wenn da so ein trocken ist ich kann mich jetzt irgendwie nicht dran erinnern vielleicht auch nicht ich kann auch mal wieder er hat ne blutung verpasst ey ich hab glaube ich noch mit einem hp überlebt alter wie viel munitionskisten hier drin sind das sehr krank das ist schön ich hab noch eine gefunden Mann doch nicht zu mir hier ist auch hier sind auch zwei midi picks meinst du ich kann sie bloß nicht nehmen weil die haben ja immer einen verpasst komm jetzt her so hier lieber ist er gut gut hier 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 Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Ich glaube es ist das… Da ist das Lade, das ist das bitch so und Fuck профессior. Ich bin einsters 真的 wegen der Schade. Weil wie du bist denn über die Schade? Bei dir bandierschauen die Einsteys hat. aber es war jetzt ein neuer fehler aber gibt das so viel schaden dann wenn du dahinter stehst ja ich weiß nicht vielleicht wurde von das park angeschossen hat da ein kick ja stimmt dann bist du easy tut du wirst ja auch schon von der blindgranate macht ja auch einen schaden wo ist denn so ein pferd da vorne ist ein pferd ihr wollt das probieren ja ja ich weiß ja ich weiß nicht wie viel schaden erwartet lasst ich will das da ich will das sehen du musst aufs video wenn es euch durchschlägt oder das macht gar nicht mehr so wenig ehrlich ja 15 schade ich komme ich komme ich habe bloß gerade ausdaueprobleme bis jetzt habe ich noch kein jetzt aber ja da muss der dran muss der dran warte warte gleich bin ich da da kannst du dich zusammentreten lassen so feuer frei lass es dir gibts dir ich weiß nicht ob das fährt du einmal macht ich geh auch noch mal hin ich habe keine gekriegt ich habe ich habe ich habe du hast du musst da hast du sie sehen das bein hat gezuckt da muss ein bisschen reicht es mehr da siehst du es kickt es kick ich habe mal so 15 schaden oder macht das schon krass komm her hier pass auf gleich headshot bam liegt in der ecke komm du trägst kaul mach mal ja gib mal mich schlägt der mal aus mich schlägt ja bei dir habe ich das gehört du hast ja gekriegt du musst vielleicht richtig stehen also ich stehe wahrscheinlich siehst du ein bisschen noch nach links noch ein tick nach links links mehr nach links noch ein bisschen nach links doch jetzt hast du was abgekriegt ich habe schaden gekriegt ja 15 schaden denke ich jetzt mal ja so 12 das war die hälfte vom 25er balken war weg also also ich wusste das vom großen ich hatte ein großes wegen ja siehst du und schlecht aber ist ja dann echt so wenn dich einer mit einer sparks hälfte trifft und dann das fährt bist du tot ja ja wer schon ließ retzend vorbei und richtig schlag und tot fette runde bin mal gespannt wie viele kills wir gemacht haben ja wir müssen ja alle haben wir hatten andere aneinander gekillt glaub nicht ne ich glaube wir haben alle gekillt aber wir haben ja kaum welche doppelt gekillt dann das kann auch ja doch die eine wurde ja wiederbeleben also 10 denke ich mal aber das kam mir nicht so vor ich habe glaube ich nur zwei ihr habt alle gekillt das kann nicht sein ach komm schon das wenn dann warst du unsere zweite 10er runde das ist ja krass aber ich glaube so oft haben sich andere nicht äh wiederbelebt ja die eine auf jeden fall also ich denke mal 10 stück dann wenn sich einer wiederbelebt worden ist ich sag neun ich sag elf einer ist definitiv wiederbelebt worden muss 10 sein die frau habe ich ja vermisst warum haben die es nicht wiederbelebt die idioten 10 cool krass schönes ding level 35 wahnsinn da gleich in rennen der beste so wie viele habe ich davon ich habe ich habe wirklich nur 2 ich habe 4 ich habe 3 oh ok dann hat er dann auch 4 4 und eine unterstützte und micha hat dann 4 ne 3 Entschuldigung wir sind ja zusammen 7 ich habe 3 und eine unterstützte sehr geil die alle sieht so scheiße aus sie kommt mit dem ruhestand gesetzt ja mit sowas will ich gar nicht weiter spielen aber es läuft gerade mhm aber es ist gut jetzt ist gut man es ja naja von was muss ich wachsen ja ey wenn man eine waffe noch nicht freigespielt hat wegen dem weiß ich nicht weiß ich nicht er weiß er weiß schon direkt was ich fragen wollte ja ich weiß es nicht aber ich meine wenn also ich weiß es nicht bei t oder er diese sie nicht oder im ist Untertitelung des ZDF, 2020